Ein Tremper steht neben einem Karussell. Während sich laut die Welt dreht, steht die Seine still. In der Hand hält er ein Stück Karton. Er will nach oben wie ein Luftballon. Ein Mädchen im Brautkleid schlägt an einem Eis. Während sich bunt die Welt färbt, bleibt die Ihre Reis. Und am Boden liegt ein Blatt Papier. Ein paar Worte von ihrem Kavalier. Willst du mit mir gehen? 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 Ja oder nein? Oder vielleicht? Vielleicht? Das Mädchen tritt auf das Papier. Beginnt sich schnell den Kreis zu drehen, als sie den Tremper mit Pläsir. Ein Held, er möge bitte weitergehen. Ja oder nein? Ja oder nein? Vielleicht? Nein oder ja. Nein oder ja. Vielleicht? Ja oder nein? Ja. Oder nein? Vielleicht? Nein oder Ja, Nein oder Ja, vielleicht guitar solo guitar solo guitar solo